Hi, ich bin Norman von Jimdo. Mit dem Jimdo Logo Creator kannst du in nur wenigen Klicks ein professionelles Logo erstellen. Und das ganz kostenfrei. Schauen wir uns das mal an. Der Logo Creator eignet sich besonders gut für Unternehmen, die gerade erst anfangen und für die ein professioneller Designer noch keine Option ist. Wie soll unser Unternehmen heißen? Wie wäre es mit die Strickerei? Und was macht die Strickerei? Ganz klar, Mode aus Wolle. So, jetzt haben wir unseren ersten Entwurf von dem Logo Creator bekommen. Der gefällt mir schon ganz gut, aber da können wir noch ein bisschen nachbessern. Wie wäre es denn mit einem Symbol, was dazu passt? Irgendwas mit Wolle? Was haben wir denn hier? Ich glaube, das gefällt mir ganz gut. Das nehmen wir mit. Und das Layout können wir auch anpassen. Vielleicht nehmen wir erst mal dieses hier. Dann passen wir die Schriftart an. Vielleicht was Verspieltes. Das klingt gut. Und nun können wir noch die Farben ändern. Ich denke, hier wollen wir etwas anderes. Vielleicht die Schrift selbst in Schwarz und das Symbol in Rot. Perfekt. Obwohl, jetzt wo ich es so sehe, können wir das Layout vielleicht doch nochmal verändern. Gehen wir nochmal zurück. Das hier gefällt mir besser. Das Symbol schön mittig und der Schriftzug darunter. Fertig. Das Logo können wir jetzt einfach herunterladen oder wir können es direkt auf einer kostenfreien Website verwenden. Dein eigenes Logo kannst du nicht nur online verwenden, sondern auch für Visitenkarten, eigene Sticker oder zum Beispiel für eigene T-Shirts. Ich hoffe, ihr habt jetzt Lust bekommen, euer eigenes Logo zu erstellen. Dafür geht ihr einfach auf Jimdo.com und probiert unseren Logo Creator aus. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß beim erstellen und wir sehen uns beim nächsten Mal.